Mein Name ist Johannes Dress und ich bin Mitarbeiter der Waldeckhof Gewähr. Der Mähdrescher selber hat jetzt ein 625x Schneidwerk verbaut. Die Hektar Leistung ist sehr gut. Wir sind sehr zufrieden mit dem System. Wir haben eine sehr hohe Strohqualität, wenig Brüche im Stroh. Die Kornqualität ist auch bei den Kunden sehr entscheidend. Da haben wir sehr wenig Bruchkorn und die Verluste sind einfach minimal. Die Kabine ist sehr komfortabel. Die Bildschirme und die Armaturen sind sehr übersichtlich und am richtigen Platz angebracht. Man kann sehr lange damit brechen. Das mag jetzt ein Vorteil sein oder nicht. Ermüdungsfreies Arbeiten ist auf jeden Fall gegeben und einfach komfortabel. Es ist angelehnt an die John Deere Traktoren und bin da sehr zufrieden damit und einfach zurecht gekommen. Autotrack ist bei uns standardgemäß auf allen Maschinen verbaut. Wir haben dadurch ermüdungsfreies Arbeiten und können da natürlich auch die Effizienz steigern. Auch beim Mähdrescher. Wir arbeiten sehr eng mit dem Vertriebspartner zusammen, was ein weiterer Grund war ein John Deere anzuschaffen. Wenn es wirklich dann mal klemmt, sind die Jungs von der Werkstatt sofort da. Also rundum wie wo. Die Wartungspunkte an der Maschine sind sehr leicht zugänglich und ruckzuck abgeschmiert und dann fertig. Durch das Raupenfahrwerk haben wir einen großen Vorteil. Wir haben weniger Bodendruck und mehr Auflagefläche. Des Weiteren sind wir zum Glück noch unter drei Meter dreißig und können ohne Begleitfahrzeug auf dem nächsten Akku fahren.